auch ja dann bleib du mir weiter hinten bitte die WD dran sofort ab wenn sie uns sehen Paktik komm schon ja deshalb bleib du hinten gell okay ja das ist der das ist der Tumor laufst einfach runter sobald er beim Verkauf frei ist schleich die einfach vor ich bin drauf aber warten auf den Tempest der bringt mehr Geld da fährt ein bisschen komisch hin Tempest kommt noch nicht der braucht der Verlänger los den und meinen Verkauf komplett bei den Tempest haben wir ja vorher auch gesehen der schaut ein bisschen oder was hat er jetzt gemacht ich schätze sowieso dass er vermutlich gar nichts dabei hat und der andere alles er fährt schon wieder oder was er läuft komisch hin er läuft auf der Tempest ich schätze ihn oder ich sehe ihn ja ja ich gehe aber rechts dann runter hinter der anderen um du musst dir Bescheid geben ja jetzt einmal gar nichts ich sehe ihn ja ich gehe den anderen Tüten nicht jetzt hat er sein Auto auf oder zugesperrt wo ist er beim Truck Boxer oder ist er nicht da ist er ich gehe den anderen Tüten nicht ok Info warte noch lass ihn der muss auch zwei mal die Verkauf haben wir dann und ok geh schon mal runter ich bin schon runter ja dann sag was sag was ich glaube wir müssen hier hin nein sag was sonst sind sie weg ich muss ein Schiss nachkommen so meine Freunde das ist ein Überfall sofort die Waffen auf dem Boden legen falls vorhanden und die Hände dann kommt hast du was gesagt? ja sorry ok oh der ist schon verschossen microphone activated ok 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 Lesser steig ins Auto und fahr rüber, wo wir ausgestiegen sind, irgendwo wo bist du? Ich bin vor dem Tempest, ich sehe aber nichts. Der sitzt aber nicht, sitzt ja noch drinnen, ich sehe es nicht, ich glaube das ist ein Scheiß. Red mit ihm, wir looten weiter schon da. Leiden Sie sofort aus dem Fahrzeug aus, nehmen Sie die Hände überm Kopf, aber wir sollen den Motor ausschalten. Und die Waffe, können Sie einstellen? Ja, zum Glück hast du ihm nicht den Karren geklaut. Wo ist dein Kumpel von dem Tipp? Den hab ich erschossen, mit 343.000. Seid ihr gerade in Action drin? Ja, ist schon vorbei eigentlich, ich verkaufe noch die 11 Stahl. Tot der Code, der sollte da seine Kohle geben. Ich werd's jetzt mal ganz kurz anstucken. 500.000 hab ich gemacht, um eine Hand. Kann sein, dass ihr Portemonnaie rausfällt. Mal probieren. Leucht bei euch. Wir können's ja so machen. Äh, Tizern, ich hab dir mal die... 360.000, ja. Passt, hau mal ab. Wir haben einen Knopf in 100.000 auf. 360.000, dann schlagen Sie in den LKW wieder ein. War vorsichtig. Microphone activated. Ja, meine Reihe, aber wir sollen wegfahren. Ja. Ja, dann sag mal einfach, zählen Sie bis 30, dann reparieren Sie den LKW und fahren dann davon. Sagen wir's einfach mal. Stopp. In dem Fall, falls Sie auf mich zielen oder so, werden Sie sofort erschossen mit dieser Pistole. Microphone activated. Geh auf den Beifahrersitz. Geh auf den Beifahrersitz. Geh noch einen schönen guten Tag. Und auf Wiedersehen. Ja, ich möchte einsteigen. Jo, ich lauf dann weg. Danke. Der hat aber ne Pistole, falls er schießt. Wo laufst du hier? Ich sag, wo lauf die. Seid ihr? Ah, da. Ja, und da. Geht's wegen der Deckelmacher. 30.000, dann machen das Auto. Sollen wir mal hei, oder? 361.000. Ja. Ja, es dürfen eh relativ eis gewesen sein. Ich glaub, ich hab ihn miteinander verkauft dann. Schaut mal da gleich. Teh mal ein nach ab. Schau mal mal, wie fällt aus dem Hamm. Die eine hab ich gleich mal ein Heady gegeben. So ein One-Shot. 470.000 hab ich. Habt Sie die Waffen auch aufgekommen? Ne, die haben keine gehabt. Der eine hat nur ein Pistole gehabt. Okay. Wir müssen 367, hast du gehört, oder? Ich hab 367, glaube ich. Ich hab 470, glaube ich. Ich hab 470, glaube ich. Wer ist James Gordon? Infolin oder TS, bitte? Wer ist der James Gordon? Keine Ahnung. Infolin, hast du gehört? Was? Wer ist James Gordon? Keine Ahnung. Keine Ahnung.